ok und damit sagt uns zu den port willkommen zurück bei los geht in drei hier muss man jemand sauber machen wir sind wir hier im lager das haus verlassen ja im letzten haus hat es nicht passiert den habt ihr nie gesehen da ist nichts passiert auf dem fliedhof das damals werden da waren wir nicht drauf heute geht es mal hier wir könnten auch noch hier ein bisschen erkunden und dort aber unsere questmarker stehen hier mal direkt kratzer durchs palast da müssen wir hinkommen ich sehe hier mauern und das richtig sehen vielleicht finden wir da auch einen weg durch hier scheint etwas zu sein wo wir hin müssen ich mache mal eine schnelle reise zu dem kommt der nächsten da rein ist damit wir nicht durch die ganze stadt laufen müssen die ganze unterstadt so hier vielleicht so hier vielleicht ja das sieht nachher nur durchgegangen aus oh wir müssen eins ganz schnell machen sehen die kratzer malta wir antworten beide liebte ist alles in ordnung ja tut mir leid das ist kein gemeinsames schicksal bestimmt oh ja schade Können wir denn hier Also Bekratzer haben wir es schon nicht geschafft Im ersten Akt Und alle Katzen Die wir gefunden haben auch noch nicht So versuchen wir mal hier hoch Aha Jetzt geht es raus Ohne da weiter oben hoch Oh hier ist die Mauer Oha Den Hafen Ui Das ist das Haus des Magiers oder was Ja das ist die Magierbibliothek Die Magierbibliothek Siebtum des Zarpalastes Hier geht es noch weiter hoch Ich hoffe wir werden hier nicht verhaftet Weil wir rumgeschnüffeln Oha Friolo mit Bluts Die Hüppe Das brauchen wir nicht Was ist hier? Oh Oh Hi Du bist in das Paläse des Casador Czar Lass uns jetzt, Bürger Die Gäste sind klar Aber sie haben nicht gedacht Oder Interesse Nach ihren Augen Siehst du nichts Sie muss eine der Charm-Thrale die Starrion Mention Sie entschüchtert noch ein Wurz und sie fliegt von diesem Turm Ihr Meister hat mir befreundet die Sicherheitsmausnahme zu inspizieren An die Dreifung schon gut ich gehe Ach eine 15, ich ging mal hin Ja, easy. Herzschwein-Tür. Aha. Schlüssel zur Festungsmau-Tür. Fantastisch. Ach, Hatze. Das ist ein Zahniger. Ja, das ist ein Zahniger. Na, das ist ein Zahniger. Echt, echt verrückt. Blech, weg! Ah, hier geht's. Es sind sehr viele Ratten hier. Das müssen wir melden. Nur beißen möchte Ratten. Das muss ja ein bescheidenes Leben sein. Wenn wir Ratten essen müssen. Ähm. Okay. Das kann man nicht klauen. Das können wir schon, aber... Wir wollen aber wahrscheinlich nicht. Oh, das ist ein Glockenturm. Das müssen wir noch mal hoch. Wahrscheinlich, bevor wir hier weiter gehen. Wenn sie sich hier runter füge ich tot, oder? ja sehr wahrscheinlich da können wir sowieso nicht hin ja ich will hier mal auf die stadtmauer ich werde uns in treiben mich noch mit dem steil machen anlegen das haben wir sowieso vor aber noch nicht jetzt jetzt noch weiter nach oben ach so das sieht nun nur die doppelten alle armeen über die armee oder was haben wir noch die gespräche von der straße unten und oben auch dann heftig hohen ton ja alles Ah ja. Nichts passiert beim Leuten. Ja das auf jeden Fall. Ich schau mich hin um. Da tun wir jetzt eine Piste. Ja das sollte man nicht tun. Okay jetzt sehr schnell runter. Ich wollte mich nur mal umgeguckt haben. So dann sollen wir mal hier entfangen. Ich glaube hier gehts durch. Ja da gehts raus. Kastrupalast und Dienstzahnpalast. Waren wir glaube ich schon gerade in der Nähe. Ärger mit Ratten. Post Kiebstahl. Da habe ich gleich auf dem Turm gesehen. Rattenärger nicht mehr lange. Holt euch. Rattenfingerbrust. Den Stampfer und euer Ärger ist vorbei. Kleine Ratten. Fette Ratten. Wiesenratten. Tollwittige Ratten. Ratten aller Art. Stampf ziehen. Rund und Boden. Vernünftige Preise. Beseitigung von Kadavern. Und Rattencode begriffen. Referenzen und Nachfrage. Ah ja. Okay wir waren in eine andere Richtung. In diese Richtung werden wir wahrscheinlich auch noch finden. Aha. Hütten wir stehlen. Keep the. Ah. Hübsches Gas. Da hoch vielleicht. Ach du scheiße was wo. Ähm. Wir sind wirklich schnell in einen Kampf geraten. Und warum. Nacht klingelt klar auf. Wie ist denn das passiert. Das ist der Schmerz. Das ist der Schmerz. Im Verwendung von den Stadstourn. Irgendwischen Waffen. Wir fahren nicht mal was los ist. Beträgt. Wo sind wir hier hinein geraten. Im Überfall. Gut das wir hier umstehen. Können wir schon den Scharfschützen ausschalten. Und selber einer werden. Na ja gut. Das würde ich sagen. Ich würde sagen. Ja gut. Das würde ich sagen. Das würde ich sagen. Das würde ich sagen. Das würde ich sagen. Sehr schön. Und tot. Privatische Inspiration. Auf. Die betäubte Netze. Oh. Ein weiterer Schützer. Kann ich angreifen. Ah. Enttrübt. Das sind jetzt nicht so viele. Ich glaube. Mit denen können wir es schon aufnehmen. Ich glaube. Mit denen können wir es schon aufnehmen. glauben wir es schon aufnehmen. Ungewöhn. Oh. Gut, jetzt wissen wir warum wir kämpfen, okay, sie ist auf unserer Seite, sie wird es wahrscheinlich nicht überleben. Können wir die K noch mal herunterspringen, minus 15, ach ja, was solls. Unverletzliche Heiligtum, oh Gott. Mit er ist nicht unverletzlich. Sehr schön. Ich werde ihn nicht beim Schützen. Den Schützen erschießen nicht. So, vielleicht können wir hier mal herunter sprinten. Wir machen das auch auf unserer Seite. Unverletzliche, das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Der ist gleich tot. Oh, okay, den kann ich zumindest da machen. Ist gut. Oh Gott, das kassiert ordentlich. Oh Gott, das kassiert ordentlich. Okay, die kann ein bisschen was. Ich wollte dir auch mal mithelfen. Ich brauche mal Heilung. Für sie hier. Für sie hier. Scheint wichtig zu werden. Wirklich unterbrochen. Hm. Es bleibt aber hier oben. Irgendwann. Irgendwann anders hier. Ist auf unserer Seite. Irgendwann. 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 Dann gehen wir runter. Das ist ja Das ist jetzt auch Na komm. Fehlschlag, verdammt. Klar, da hält es nicht mehr lange aus. Ach, er ist wieder da. Ein bisschen feige, diese Taktik. Na komm. Sehr schön. Da wäre noch der Unsichtbare. Okay, dann schritten wir hier mit Starion mal runter. Soweit es geht. Schwierige Geschichte da vorne. Ja, wir können hier keinen angriffen. Es ist keiner da. Genau. Können sie es jetzt erkennen? Okay. Okay. Du weißt, die Woche mehr als wir. Aha. Ah. Jetzt verkleidet sich hier auf Fake Link. Und wir können nichts machen. Das ist halt das Blödeste. Bleibt hier in der Nähe. Ich stehe uns einfach drum herum. Mit der Angreifung würde er ja hier sein. So. Wir können schon mal Heilung machen. Wir müssen noch mal die Zeit, um keiner zu halten. Zeit durch. Irgendwo hier laut herum. Wenn wir ihn nicht sehen können. Aber wenn wir ihn nicht sehen können. Aua des Mordus. Ah. Hier irgendwo muss er stehen. Na sag ich doch. Ich weiß, wo der ist. Aber wir können ihn nicht angreifen. Er steht exakt hier. Das hat ein bisschen Scheiße. Wir können nicht die Luft eingreifen. Dann würden wir wissen, wo der ist. Logischerweise wäre es halt. Im Augenblick würde halt. Wir sagen, dass wir ihn angreifen können. Weil wir wissen ja den exakten Spot, wo der steht. Wir haben ihn umringt. Können wir etwas unsichtbares sehen? Oder? Sonst wird das hier nichts. Ich bin zweifelös. Das zieht sich aber langsam. Ein Bandit haben wir hier. Magie Hand. Und? Und? Wir können nichts. Wir können hier heilen. So ein bisschen. Das wird irgendwie langweilig. Was soll denn der Scheiß, wie sollen wir das denn schaffen? Das ist ja fein und unfair. Was soll denn der Scheiß? Wir heilen wir halt, wird spannend, dieser Part. Der rettet sich halt immer wieder auf dem... Sie kann irgendwie Präsenzen entdecken, aber hier steht exakt hier. Man kann ihn nicht angreifen. Wir haben halt nichts zu sagen. Können wir den Kampf an der Stelle beenden? Nur was so was wie Sichtfähigkeit hatten. Das ist jetzt ein bisschen lame. Wir haben nichts. Und dann gehen wir uns die Hellsprüche aus und dann kämpft er aber gewettet in uns. Also, what the fuck ist die los? Ah, Tito. Das wird ja auch Zeit. Äh, ich meine ganz Ohr. Den Parasiten nutzen, haben wir gelernt uns zu erforschen. Aber blieb. Ja, ich meine ganz Ohr. Ich meine ganz Ohr. Ich meine ganz Ohr. Ich meine ganz Ohr. Verdammt. Wo ist denn der Typ hier der Angreifer? Das heißt, sie sprechen nicht mit ihren Mördern, aber... Okay, mit ihm können wir nicht sprechen. Er hat einen Brief bei sich gehabt. Die Türchen brauchen wir nicht. Der Brief ist interessant. Oh, Anhänger des vorzeitigen Todes. Zeit zu halten, zu zerstückeln und uns bemerkbar zu machen. Der Schrecken darf nicht abflauen. Dieser arrogante Abenteuer statuiert ein Exempel an ihn. Reißt sie in Stücke, ich sorge dafür, dass diese nutzlosen Fäuste sich heraushalten. Hat ja gut geklappt. Und sollten unschuldige, versehentlich, verstümmelt oder getötet werden, dann sind das eben weitere Opfergaben für den allmählichen, allmächtigen Baral. An Bayern haben wir es schon öfters gehört. Hm, keine Ahnung. Und wir müssen weiter. Hier hin. Ein weiterer Schritt nach vorne. Entwurf auf Überlieben. Wir müssen auf den Stadtmauern da rein. Wenn ich das richtig sehe. Hier kommen wir, glaube ich, nicht lang. So, das versteckt ist überwahrt. Aber das ist doch da drüben. Nein, nicht. Okay, dann müssen wir, glaube ich, zurück zur Stadtmauern. Oh. Äh, ja. Und ich kann nur schaufeln. Hier geht nichts. Schatz, super. Und ein bisschen Geld. Mit Coach-Resistenz. Ich bin eine Brühe. Ich bin ein bisschen geholfen, aber... Ich bin ein bisschen geholfen, aber... Stony & Bony Stony & Bony Wir müssen zurück zur Stadt Mauer Der Bahn war wohl schon richtig Wir müssen noch hoch Wir haben die ganze Charaktere von alleine den Weg Das steht darüber wie nicht seit Stunden Immer beantwortet er die Frage gleich Und wenn im NPC Dialog Wir müssen wohl doch hier einbrechen Ich hoffe da kommt gleich der nächste Kampf Ich speichere hier mal Bevor wir da einbrechen Schlimmer zu riskieren Aber hier scheint es In der einen Quest weiter zu gehen Schutz bei des Zahnpalästs Schutz bei des Zahnpalästs Nichts drinnen In Basen Ok, hier sollen wir wohl hin Auf was auch immer uns hier erwartet Oh, liegt das offen? Oder wir haben Schlüssel? Klang eher wie ein Schlüssel Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Wie ist das für die Stütze? Das ist für die Stütze Zu der Stütze Unsere Stütze und die Stütze und der Stütze Und das für die Stütze Und das für die Stütze Das ist doch bestimmt der Vampyr, die im Astarion Schicht, versuchen die Texte auf der Tür zu lesen. Nachforschung, die Vertiefung auf der Tür zu untersuchen. Oha! Haben wir da sowas? Oh, eine 25 unter Champagne. Ich hoffe, ich habe eine 23 unter Champagne. Ich wollte gerade mit ihm das noch mal versuchen. Aber wenn er das gerade sagt... Er bestätigt meine Befürchtung, dass das hier... Ich glaube, ich habe eine Befürchtung, dass wir hier... Ich klaue mal hier ein bisschen. Das Gemälde. Können wir irgendwo aufhängen. Das Gemälde. Das Gemälde. Holztisch. Ja, nichts hier. 20. Ja, wahrscheinlich nicht. Ne, gerade so. Kamera Privat. Wir dringen hier mal ein. Den Sarg öffnen, vielleicht keine gute Idee. Den Ring bräuchte ich nur. Vater, Sohn, okay. Seifenstück. Vampire die Seifen nutzen. Wir kriegen das rotes Hemd. Okay, ein Bit. Ich spreche mal, bevor ich eine Dummheit tue. Kamala Dufel, den können wir mitnehmen. Schlägt gerade. Ich fände es eigentlich interessant, das mal auszuprobieren. Hier mitzunehmen und dann... Irgendwann wacht der immer wieder ein Tor zum Leben. Okay, da gibt es noch eine Tür. Und hier geht es weiter. Hier noch am meisten tragen. Okay. Okay. Das können wir leider nicht mitnehmen. Schade. Das ist zu schwer. Wir könnten ins Bett legen. Oha. Ja. Halt entschlüsse. Das ist so privates Zimmer da. Das kann man hier an. Hm. Oha. Seinen trot und inneren sind mehr liquide als solide. Weshell mal hier ein bisschen im Vampir Schloss. was soll doch schon schief gehen bleibt mal hier draußen und der wanderer blau du frei mein herz trotz all eurer versprechen dass wir gemeinsam ins jenseits gehen würde würden seid ihr ohne mich gegangen oder nicht ich habe euren leichnam und eine leere flasche gefunden ich weiß also dass ihr einen trank genommen habt doch war es ein gift oder etwas anderes hier sind noch zwei identische flaschen ich werde eine davon trinken und dann zu euch stoßen auf welche weise auch immer ich liebe euch bis in alle schetten rihanna dann war schnell raus hier kürzer bei hans und everything dabei ist das darin und doch die schulker ich will nicht dass sie alles mitgehen die beste zimmer fantastisch ähm was ist mit viktor wieder will ich das eigentlich wissen oder ob das das noch gut sein weiter aus hier ist nicht gut jetzt sucht er das palast sind wir dabei gut den Schlafraum Kassados Bester ihr solltet vorzugsweise Beute aus den Unterschichten der Stadt jagen Patriarchen müssen vielleicht besser riechen, aber es erwägt und erwünscht Aufmerksamkeit wenn zu viele Aristokraten verschwinden während sie sich um das Volk mischen im letzten Monat habt ihr bereits einen Klaska, einen Gersohn und einen Oatu gebracht und jetzt sind drei Wurberten von mir in Aufruhr und seid vorsichtig hier ist der Knoblauch im Jusens Bett hat ihm einen fiesen Aufschlag beschert, geschieht ihm recht, weil er so einen Jammeloppen lässt wenn ich doch nur an diesen Snobli und seine Gehörer von Tochter herankommen könnte aber sie wird beschützt Kassados muss einen besonderen Plan für die kleinen Victoria haben aber welchen weil er steht hat er doch sowas ist so wie es ist sie es Der Master sieht hier gar nichts. Ich blünde hier sein ganzes Haus. Der ist blind und taub. Seit der Meister mich verwandelt und dazu gezwungen hat, Viktoria in den Palast mitzunehmen, muss ich sein bester Jäger sein. Nur so kann ich bei meiner Tochter bleiben und sie von den anderen Götlingen fernhalten. Mir gefällt es nicht, wie Violet sie hier ansieht. Überhaupt nicht. Als ich den Meister fragte, was er mit Viktoria vorhat, schenkte mir Katedour nur ein böses Lächeln. Wenn ich das nächste Mal auf die Acht gehe, muss ich mit Figaro sprechen, um den Handel für Viktoras Fluchtverkleidung abzuschließen. Bis zu diesem Ritual von dem Meister spricht, ist nur genug Zeit. Ah ja. Bestickte Kraft. Okay, das können wir noch nehmen. Wir müssen irgendwo mal einen Siegering finden. Um hier reinzukommen. Was ist das für eine Winger-Tür? Ach du Schande. Das ist ein Zerger. So, so, du kommst nach Hause, kleiner Junge. Und komm, du kommst nach Gody in deinem alten Kahnel. Es ist, dass ich alles, was ich habe, nicht zu schrauben, deine Karkasse zu schrauben. Keine Angst, Gody, Kind. Ich habe nur mein Job gemacht. Ich habe nur dich in line. Du hast uns gegründet. Für Tage, auf jeden Fall. Oh, ja. Und du sangst so süß für mich. Niemand von den anderen schriemen, wie du gemacht hast. Aber du bist jetzt nach Hause und du bringst mir einen Traum, ey? Einen neuen Freund für Gaudi. Aha. Was willst du, Skelett? Der Presenter hat mich damit beauftragt, erst darin zu fangen. Ich bin der Junge abzuliefern. Wenn mich andere Blüte verliert, höre Hand und Knochenmann. Täuscht mich nicht gut. Aber du bist zu früh, um zu sehen, den Master zu sehen. Die Tür sind schiebte, er wird nicht beschädigt. Und die Tür können nicht beschädigt werden. Hast du die Schlüssel? Vielleicht. Ah, das ist gut. Der Master hat die Tür geöffnet, bis er zu Ende war. Gaudi wird sie nicht für niemanden, viel weniger für dich. Cushent-Keretor hat sie mir befehlet, dass Astarian auf jeden Fall zugemacht werden. Hier kriegen wir deine Schlüssel. Sieht gut aus. A1-1-1-3-0-0-0-0-0. Gaudi fragte sich darüber nach. Gaudi weiß, dass der Master für Astarien war. Er muss vergessen, dass Astarien verloren wurde. Hier. Hier ist es. Jetzt geh zu ihm. Hilf ihm erreichen seine Besten. Offener Sarg. Nichts drinnen. Auch nicht drinnen. Wir sind gerade durch. Warum ist denn der jetzt verschlossen? Die Tür. Wow. Fünft genaue Landung. Ich weiß, dass es ein Zwinger ist. Die drinnen sind nicht raus sollen. Okay. Die Tür war wo? Weil hier oben. Hier war sie die Tür. Hier aber jetzt nochmal. Okay, wir haben noch Zeit. Auf geht's. Mit nichts zu sehen, aber eine verrückte Wrichtung. Und ein kleines Hohle. Entschuldigung. 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 Es sah wie sie gegen die Verkaufung der Tür drücken. Auf geht's in einen schweren Kampf. Die Ringe sind perfekt in den Platz. Aber nichts passiert. Es ist perfekt. Aber du bekommst ein Gefühl von der Tür. Als ob es etwas anderes erwartet. Eine strange Wrichtung auf der Tür glintzt in der Kandelllicht. Vielleicht ist es sehr wichtig. Fantastisch. Das kommt hier auch noch nicht rein. Die Tür bleibt abgelöst. Mit nichts zu sehen, aber eine strange Wrichtung. Und ein kleines Hohle. Ich dachte wir kommen hier schon rein. Hier durch die Wand können wir nicht durch. Tja. Oh nein. Festung von Snow. Dann wollen wir ein kleines Hohle. Dann wollen wir irgendwas übersehen. Ich bin mit dem Kfarbe gegründet. Ich bin mit dem Kfarbe gegründet. Ich bin mit dem Kfarbe gegründet. Oh Gott. Oh Gott. Wir können das machen. Schrift macht nichts für dich. Du kannst den Schrift nicht nur noch nicht erkennen. Ich muss das ein Vampir machen. Blöd, dass wir das nicht kennen. Karnes Schloss. Wir haben noch jemanden, der Karnes Schloss kann. Die Karnes Schloss kann man immer rein. Ja. Wir haben da Karnes Schloss. Wir werden da Karnes Schloss von der Tür, mit einem Behälter. Ja. Wir haben bestimmt noch etwas übersehen, ohne die Tür, die wir noch nicht geöffnet haben. Hm. Auf dieser Etage? Sieht nicht so aus. Ja, war glaube ich auch schon alles untersucht, oder nicht? Tja. Okay, ich habe eine Befürchtung. Es gibt ein Zimmer, das wir noch nicht erkundet haben. Das Gästezimmer. Ja, genau das. Das wird es mal sein. Gibt es irgendwie eine... Tja, ich habe noch nichts gesehen. Wenn wir sie looten könnten. Vielleicht warte mal jemanden rein. Vielleicht warte mal jemanden rein. Wenn du was nach rechts. Oha. Ich bin hier auch mal mit. Was für die Wanderung könnte etwas tolles dabei sein. Für Abstarion. Ah, das wird der Buch. Das sollte man mitnehmen. Das ist was wir brauchen. Wo ist dein Wörterbuch? Wörten Sprache. Das werden wir brauchen. Das brauchen wir. So. Na dann. Damit sollte man vielleicht da reinkommen. Okay, der Sieg ist gebrochen. Sieht, es leuchtet nicht mehr rot. Aber wir müssen hier trotzdem... Warte mal kurz. Schlecht, dass ich hier... ... 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